Messen, haben wir gesagt, gell? Ja, genau. So? Ja. Was machst du da für ein Gesicht? Du hast gesagt, ich müsse mich so anlegen. Und ausserdem, wenn ich ein Gesicht da machen könnte, wärst du der Erste, der uns hat. Komm. Ja komm, den Film müssen wir aber jetzt gleich machen. Ein bisschen rechts, ein bisschen rechts. Adi, rechts ist auf der anderen Seite. Und jetzt bin ich immer auf dem Film. Ja, willst du, dass der Film einen Erfolg gibt, oder nicht? Du auf den Film kommst, der gibt einen Flop. Piano, oder? Weisst du, was passiert, wenn du Fotos verschickt? Letztens hat er Fotos verschickt, am Club der einsamen Junggesellen. Müssen wir jetzt da diskutieren, vor 4'000 Leuten. Ja, mindestens. Ja, erzähl es mir nur, komm. Zurückgeschrieben haben sie. So einsam sind sie jetzt gleich wieder nicht. Ja. Aber ist er verrückt. Jetzt bringt man fast Leute auf den Mond runter und dann nicht einmal an eine Frau hin. Und ausserdem gehen dann noch 58% der Frauen fremd. Da nützt mir nichts. Ich brauche Namen, Adresse, Fotos nehmen. Ja gut, ich kann das nicht bringen, ja. Und nachher sind sie mal 25 Jahre verheiratet. Und dann stehen sie mal auf ausgefallenen Sex. Das habe ich auch gehört. Mäntag ausgefallen, Zeistag ausgefallen, Mittwoch ausgefallen. Ausfallen, ausfallen, während unserer Kinoerträge. Wegen? Wenn du auf den Film kommst. Oh, oh. Ja. Die verdienen genug in diesen Kinos. Ich kann es gerade sagen, wie es ist. Ich bin letztendlich im Sinnedung gewesen. Hoi. Drei. Ich wiederhole. Drei Kinointritte habe ich gekauft. 80 St. hat es mir gekostet. Für mich allein. Wieso kaufst du drei Kinointritte? Ja, der am Eingang hat es jetzt mal verrissen. Aber auf diesen Kinointritten hat es doch recht zu nehmen. Am x-Talters begrenzigt, gell? Ja. Weisst du, was die bedeuten? Nein. Ab 12 Uhr kommt ein gutes Mädchen rüber. Ab 16 Uhr kommt ein schlechtes Mädchen rüber. Und ab 18 Uhr... BIP! Danke für eure Aufmerksamkeit. Aber aus Jugendschutzgründen dürfen wir diesen Sketch erst ab 22 Uhr bringen. Amen.